Hallo! Hallo! Ja, wir sind hier im Holzpalast. Ja. Voll cool hier. Es war sehr interessant. Wir haben viele schöne Sachen gelernt und schöne Bilder geguckt. Ja. Sehr seltsame Bilder. Fernseher angestarrt. Da war es mal voll high von. Ja. Sehr empfehlenswert. Das sollte jeder mal gemacht haben. Ja. Tschüss! Vielen Dank.